So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich platziere Sensoren in Lockjam, Lumberjack, Tilted Towers und Rocky Wheels. Es sind insgesamt drei Stück. Jetzt ist die Frage nur, ob wir jeweils hier eins nur platzieren müssen oder ob hier alle drei platzieren reicht. Genau. So, weil hier sind halt, wie gesagt, müssten eigentlich noch welche sein. Natürlich. Ja, Elm muss da haben, mein Freund. Ohne Elm geht gar nichts. Tut mir leid für dich. So, erstmal ein bisschen Diensthaft geben, aber ich denke mal, ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Hier reicht es auch. Also ihr seht, wir müssen in drei verschiedene Orte gehen. Wir müssen einmal in Lockjam gehen, einmal nach Tilted und einmal Rocky Wheels und dann haben wir auch die Aufgabe erledigt. Aber ich denke mal, ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich alle drei besuche. Ihr habt gesehen, wie das Item aussieht, was wir aktivieren müssen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, natürlich gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare damit. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein. Also, wir sehen uns bei der nächsten Mal. Und dannなので, wir sehen uns bei der nächsten Mal.